Moin, willkommen in Hamburg. Heute gibt es ein paar winterliche Aufnahmen rund um die S-Bahn Wellingsbüttel zu sehen. Die S-Bahn liegt hier in Hochlage und führt über die Rolfingstraße hinweg. Es gibt eine Reihe von Fahrradabstellmöglichkeiten. Der Hamburger Verkehrsverbund ist meines Wissens der einzige in Deutschland, in dem Bahnsteigkarten verkauft werden. Wegen Bauarbeiten fuhren an diesem Tag die Züge stadt einwärts nur bis Ohlsdorf. Von dort bestand Schienenersatzverkehr bis Berliner Tor. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 S-1 in Richtung Ohlsdorf. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 S-1 in Richtung Ohlsdorf. S-1 in Richtung Ohlsdorf. S-2 in Richtung Ohlsdorf S-2 in Richtung Ohlsdorf. Dieser Zug fährt nach Poppenbüttel, der nächsten Station, die zugleich Endpunkt an diesem Ast der Linie S1 ist. In Richtung Hoheneichen und Ohlsdorf führt die Strecke ein ganzes Stück geradeaus weiter. Die Strecke ein ganzes Stück, die Strecke ein ganzes Stück, die Strecke einst. Untertitelung des ZDF, 2020 Weiter im Norden verläuft die Strecke parallel zur Straße Riemkoppel. Dort kann man zwischen den Bäumen hindurch noch den einen oder anderen Blick auf die S-Bahn bekommen. Untertitelung des ZDF, 2020 Damit sag ich Tschüss und bis zum nächsten Mal!